Hallo Konfuzeier! Schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Josie mit einem React auf eine weitere folgereale Irrsinn von Extra 3. Und zwar geht es heute um die Bushaltestelle mit Hindernissen. Wir sehen uns an, was es damit auf sich hat. Ich wünsche euch viel Spaß und wie immer gebe ich meinen Senf dazu ab. Die Mini-Scooter-Fahrer und Nutzer von Rollatoren können sich freuen. Das schleswig-holsteinische Appen hat eine nagelneue, sehr große und barrierefreie Bushaltestelle bekommen für 60.000 Euro. Eine Bushaltestelle für 60.000 Euro, dazu doch barrierefrei und behindertengerecht, das ist doch richtig schön. Ja, wenn das Ganze nur klappen würde, denn der Titel sagt was völlig anderes. Toll, die Bürger sind begeistert. Es ist nicht nur nicht barrierefrei, es ist nicht nur nicht behindertengerecht, es ist zu steil. Ja, die eine Seite ist mit 10% Gefälle etwas zu steil geworden, vorgeschrieben sind maximal 6%. Ist wohl ein bisschen was schief gelaufen. Ja, nicht barrierefrei, nicht behindertengerecht und dann auch noch zu steil, dass man mit Rollatoren und Rollis nicht benutzbar ist, das Ganze. Das ist natürlich nicht so toll. Sehen wir mal, was die Bürger dazu sagen. Achtung. Man kann nur mit angezogener Handbremse fahren. Sonst, und selbst dann rutscht der Rollator von alleine weiter. Ja, das Ganze nennt man dann lebensgefährlich. Benutzung auf eigentliche Fahrt. Vielleicht sollten Sie da so ein Schild anbringen. Das wäre natürlich auch was Interessantes und würde bestimmt gut kommen. Dafür klappt der Ausstieg aus dem Bus auch mit Rollator an der neuen und erhöhten Bushaltestelle Tadellus. Und wenn man dann ins Dorf will, steht man an der Landstraße und... Also, was das barrierefrei angeht, muss ich sagen, ich war schon in vielen Städten und den meisten ging es zumindest. Ein schönes Vorbild dafür ist Frankfurt. Da sind fast alle Haltestellen mittlerweile angehoben. Es gibt noch so ein paar, da ist es nicht so. Aber selbst wenn man auf die Straße raus will, bei vielen Haltestellen, wo es möglich ist, ist es teils schon gemacht. Bei anderen soll es doch gemacht werden. Also, da ist die Straße angehoben worden. Auf der einen Seite fährt das Auto hoch, fährt dann über diese Haltestellenhalterung, fährt auf der einen Seite wieder runter. Aber die Leute können ohne Probleme mit Kinderwagen, Rollator, Einkaufswagen und so weiter ein- und aussteigen. Meistens bei den Straßenbahnen und das ist eigentlich schlussisch gut. Es gibt auch einige Städte, da ist das nicht so toll. Aber, naja, Deutschland, Entwicklungsland. Ja, ganz schön viel los hier. Ja, hier ist ja nun leider gar kein Fußgängerüberweg. Wie soll ich hier über die Straße kommen? Okay, kein Fußgängerüberweg für, um von der einen Seite auf die andere Seite zu kommen. Schlecht. Ja, Herrschaften, da muss man sich mal eben etwas beeilen, wenn man über die Landstraße will. Auf der Seite der Bushaltestelle gibt es eben nur den Gasthof. Und das Dorf ist auf der anderen Seite. Wenn man hier hinkommt, ist man auf einer Insel. Man kann nicht weg und nicht zurück. Man kann nicht die Freunde in Eids besuchen, weil 95 Prozent aller Menschen auf der anderen Straßenseite wohnen. Was nötig? Ja, das ist, denke ich mal, da ist die Dorfplanung dran schuld. Der Städtebau, ja, wie kann man das auch machen, eine Bushaltestelle auf der einen Seite zu bauen und es dann zu machen, das Bau auf der anderen Seite zu bauen. Oder war das Dorf vielleicht eher da und dann kam die Bushaltestelle? Dann ist die Bushaltestelle fehlgeplant. Das kenne ich aber. Ich hatte früher eine Rollenspielgruppe für Pen & Paper Rollenspiel. Und da war einer dabei, der für eine Firma arbeitete, die im Rhein-Main-Gebiet für die Planung von Haltestellen verantwortlich ist. Und der hat gesagt, das kommt sehr häufig vor, sie planen was und dann kommt die Stadt oder der Verkehrsverbund oder die Bahn oder sonst irgendwer und sagt, nee, das geht so ganz und gar nicht, das müsst ihr anders machen. Dann wird das alles umgemodelt, sodass das für die passt. Aber am Ende ist die Haltestelle so unbrauchbar teils, dass es wieder ins Geld geht, weil es muss ja dann ungebrannt werden. Nützt mir eine barrierefreie Haltestelle, wenn ich hier nicht wegkomme. Ach, die Bürger sind so undankbar. Für die 60.000 Euro teure Bushaltestelle hat die Gemeinde Appen 22.000 Euro Zuschuss vom Kreis Penneberg bekommen, weil sie barrierefrei ist. Das ist wieder ein Fall für den Bund der Steuerzahler für das Schwarzbuch. Das ist eine Fehlplanung und damit eine Fehlinvestition. Da müssen noch weitere Kosten erhoben werden, weil ja jetzt noch was anderes geplant werden muss. Dabei wurden nur ein paar kleine Fehler gemacht. Die Fehler sind insofern, dass keiner vielleicht das im Blick hatte, dass wir eine Überquerung hier zusätzlich doch bei dieser gut ausgebauten Bushaltestelle brauchen. Herr Bürgermeister, das ist eine sehr gute Einwand Ihrerseits und ich muss Sie dazu beglückwünschen, dass Sie das so durchaus sichtlich erkannt haben. Jetzt ist nur die Frage, Sie sind Herr Bürgermeister, Sie müssen das Ganze am Ende abhaken und abnicken. Hätten Sie vielleicht nochmal besser drüber gucken sollen, so als kleiner Hinweis. Ach, kann passieren. Und so ein Dorfbesuch wird doch überschätzt. Ohne Rollstuhl klappt es doch prima. Und die Gemeinde Appen will nun auch eine Fußgängerüberquerung beantragen. Gut, kann noch ein, zwei Jahre dauern. Hoffen wir mal, dass es bei den ein, zwei Jahren bleibt und dass es sich nicht noch weiter hinzieht. Wir kennen ja die deutschen Ämter, was Genehmigungen angeht. Bestimmte Genehmigungen brauchen dann doch etwas länger. Aber zum Glück gibt es an der Haltestelle wenigstens noch den Heidekrug. Alle Rollator- und Rollstuhlfahrer, die aus Versehen hier ausgestiegen sind, können eh nur hier einkehren. Willkommen beim neuen Treff zum gestrandeten Rollifahrer. Karinlein, Prost, Prost. Ja, da hat der Wirt des Heidekrugs aber einen guten Gewinn gemacht, denn er ist derjenige, der jetzt den ganzen Gestrandeten bei sich aufnehmen kann und damit natürlich doch schön Kasse machen kann. Hoffentlich hat er die Preise deswegen nicht zu sehr angehoben, sondern in einem betretbaren Maß gelassen. Aber das ist mal wieder typisch. Deutsche Bürokratie. Erst handeln, dann denken, anstatt umgekehrt käme vielleicht besser und billiger. So, aber ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei der Sendung wie ich. Wie gesagt, das war der reale Ersinn. Es sind barrierefreie Haltestelle mit Hindernissen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, aber nicht nur mir, sondern auch den Kollegen von Extra 3. Der Link zum Originalvideo ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Geht da auch hin, lasst ihn auch einen Daumen hoch da, die freuen sich da auch. Wenn ihr Anregungen und Ideen habt und damit in die Kommentare, da gehe ich auch dann drauf ein. Was machen wir weiter noch? Ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann schenkt mir doch bitte ein Abo. Dann kriegt ihr auch, wenn ihr die Glocke aktiviert, eine kleine Mitteilung, wenn ein neues Video oben ist. Und ihr verpasst dann dabei nichts mehr. Mir bleibt nur zu sagen, viel Spaß bei meinen weiteren Videos. Ich sage euch für heute, tschüss, eure Josie.